Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir haben eine Antenne für Berlin. Antenne Brandenburg, ab 28. August, neu in Berlin auf 99,7. Antenne Brandenburg, ab 28. August, neu in Berlin auf 99,7. Ganz Brandenburg hat einen Vogel. Antenne Brandenburg, das ganze Land im Radio. Ganz Brandenburg hat einen Vogel. Einen zum Mitreden. Einen zum Mitmachen. Und einen zum Mitfiebern. Antenne Brandenburg, das ganze Land im Radio.